So, Knochen wieder hier, weil da geht es mit dem zweiten Teil von Stick War also richtigen Teile gibt es ja nicht eben gerade wurden wir beschlagen, da wurde unser Statut zerstört und jetzt probieren wir einfach nochmal hier gibt es ein Strategy Guide, also Strategie, Hilfe, Führer äh, aber da saßen wir Schauen wir nochmal von vorne an so, ready jetzt aber das müssen wir überleben so, jetzt stecken wir gleich sofort diese Mineure hier her die Miner so, das kann ich jetzt auch nicht oh, da kommen schon die ersten, jetzt haben wir schon wieder falsch gemacht, oder? oh Gott Scheiße, man wie blöd ist, wenn die natürlich alle tot sind, dann bin ich dementsprechend auch blöd dran ok, aber die arbeiten noch weiter die sollen jetzt einfach hier bleiben, die sollen jetzt zur Verteidigung stehen ich mache mir noch ein Miner, schnell wie gesagt, wir müssen durchhalten bis die Sonne untergegangen ist aber jetzt kann es mal zu gehen oh ein Kummer noch die tot so, komm komm komm, ran an die Waffen die sind tot, die sind tot mach den tot und mach den anderen tot so, der ist das Gold hier ich glaube das hört sich noch an mir oh nein hier schaff ich schon wieder nicht jetzt habe ich niemanden mehr, der hier oh man das ist ja wirklich, das ist so knifflig das ist ja knifflig, was macht man denn das? meistens ein Bogen schützen, oder? ja, auf jeden Fall ja, auf jeden Fall aber ich schaff schon wieder nicht ich kriege auch für den Gold mehr rein, doch knapp nach so klein wenig hier aber er reicht nicht ich sehe ja, und wie viele leben der noch hat oh, komm mal hin 150 brauche ich der ist zwar alleine, aber dann werden mit dem Stopp vielleicht noch mehr kommen komm, schnell einen noch oh, bitte, bitte okay lass mich doch mal rein hier jetzt aber da, 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 da 4 Sekunden fertig, so auf, schlag ihn nicht rüber ein so, das haben wir geschafft dann haben wir nicht mehr genug Kohle so, die Sonne geht jetzt aber nur noch unter dann haben wir gleich geschehen hier noch fett, muss ich starten okay, das war's oh, die Sonne, bitte geh unter hehehe neiiiin oh, die haben den Goldwecker oben hier, scheiße ey, ich glaub die Sonne ist schon wieder ey, die Sonne ist doch schon untergegangen oh Gott nun geht nicht geschafft okay, wir versuchen es nochmal jetzt muss das klappen, ey ich stehe es voll okay, wir haben zwei Mineure ich stelle jetzt jetzt ja, abwechslend hier Robeschützen her die Mineure sind vielleicht feuer so, jetzt sind wir den hier wie er es verlangen hat, er will sich verteidigen doch, die Kombination könnte so funktionieren aber was, den haben die auch die halten ja schon was aus jetzt haben wir die Mineure gekillt echt mal durch ich will noch ein Robeschütten da ich will noch ein Robeschütten da ich will noch ein Robeschütten da machen wir den Schwertkämpfer zurecht hier okay, er ist dabei oh, 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 oh macht die nicht verlangsam die Digga okay, hat er den Kopf eingehauen hier verdammt, irgendwie so muss das funktionieren was sagt er oh, wie wäre denn der gekehlt ok, der ist noch hinüber jetzt kommt er trotzdem ok, wir möchten noch hin noch hin zuhören dann können wir ein bisschen schneller die Einheiten direkt füllen hier so, dann haben wir noch eine schwerere Einheit hier so viel wartet da So, wir sind jetzt fertig, wir gehen weg. Oh, die sind nicht wieder fertig. Oh, verdammt! Jetzt kehren ich mir ständig die Ruhe, oder? Oh, mach ich noch einen, ne? Jetzt können wir dann noch... ...wollen noch ein bisschen mit Schwerdinger. Endlich sieht das jetzt gar nicht aus wie ein Schwerdinger mit Knüppel, ne? Aber... Oh, und hier, das ist ein Blutpart hier. Warte. 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 Das müssen wir schaffen. Splatter, Splatter. Jetzt sieht es doch wie ein Faul aus. Ah, ich hab's geschafft, ja! In 2 Minuten und 3 Sekunden. Das sind aber schnelles Level hier. Komm, wir gucken mal, wie weit wir kommen. So, jetzt kann ich wieder upgraden. Gib mir die Boom-Shit eigentlich upgraden. Eins hab ich noch. 100% Hit-Points. Okay. Gut, das nehmen wir so. Ich spiele jetzt auch zum ersten Mal. Ich find's natürlich witzig. Ich mag ja so eine Spiele. Können wir mal eben durch... Schnell spielen, falls man auf eine Pizza wartet irgendwie. So. Wer geht's? Sind wir noch Sword-Rap? Okay. Okay. Das sind wir jetzt eigentlich. Attack mit Sword-Rap. Oh, Sword-Rap. Oh, Sword-Rap. Ich weiß nicht. Ups. Destroy Sword-Rap. 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 Sword-Rap wie Moni-Man. Okay, das machen wir. Wir kommen wieder. Wir kommen wieder hin. Wir kommen wieder hin. Was ist das? Okay. Ja, jetzt kommen wir noch kurz. Hm. 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 Jetzt sind wir noch viel. Die Qualität war der Fall. Zweifeln sehen. Oh, da krieg ich den ersten. Scheiße. Es geht auch relativ schnell, wie man sieht. Jetzt können wir auch vorstellen, wie der Hard-Mode ist. Oder der Insane-Mode. Der Blam-Namen eine Ehre zu. Zweifeln sehen. Oh, da kommen ja Leute hier. Noch einen. Und umschießen. Und ansonsten hab ich die hier. Das ist ein bisschen verbessert hier. Schnell noch Minöre. Ich weiß nicht. Ein Minöre machen wir mal schnell. Okay, sie kommen einzeln. Das kann man zumindest noch durchhalten. Ah, komm. Buckelt das Geld zusammen. Buckelt, buckelt, buckelt. Buckelt. Also ich werde jetzt kurz warten, ob ich auf jeden Fall einen Buckel schützen habe. Dann werde ich abwechselnd auf Minöre herstellen. Und so weiter und so fort. Okay, jetzt können wir Buckel schützen. Okay. So machen wir uns jetzt noch 10 Einheiten oder so. 10 Kämpfer Einheiten. Buckelt zurecht. Buckelt, Buckelt. Buckelt. Für den Tick. Haha. Warte, ich bin höher. So. Der war voll in die Waffe. Der ist weg. Was sind die Dinge eigentlich? Der ist weg. der 1? Buckelt. Am periodically Sam Iraqi 8 Buckelt. 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 Rakuünde H Buckelt. Können wir? Jetzt kommen wir. Ich habe hier ein Problem. Die Minionen reichen jetzt? Wie sie rennen vor? Wie sie rennen vor? Die Zeichen zu voll heute? Aha! Oh! Was sehe ich denn? Einiges weg jetzt. Hier liegt noch ein Pfeil. Ja, der ging ja auch daneben. Oh, der eine ist noch gar nicht fertig. Okay, wir haben was. Oh, der eine ist noch gar nicht fertig. Der geht noch weiter. So. So. Oh, ja. Hier geht es halt. Ich weiß noch, dass wir heute wieder verlieren. Oh. Oh. Aber schnell. Ja, das sieht gut aus. Das war einfach hier. Das war ein Ding noch. Lass euch nicht ablenken. Lasst euch nicht ablenken. Lasst euch nicht ablenken. Oh, Gott. Was macht ihr? Oh. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Okay, das war nicht schlecht. Das war eigentlich nicht schlecht. Jetzt hier weiter produzieren. Aber weiter produzieren. Die Tomschützen haben ja überlebt. Oh, Gott. 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 Yeah. Okay, das haben wir geschafft. So, jetzt können wir das Schwert aufwerten. Das werden wir machen. Ich könnte hier noch weitere Upgrades machen. Ich weiß nicht. Was ist das? Increased Speed? Okay, war nicht schlecht. Mining Rate. Ja, okay. Die Mining Rate. Die erhöhen wir. Ein Upgrade habe ich noch. Das werde ich auch... Angriffsterbekehr setzen hier. Fertig. Expertons. Das nehmen wir auch noch mit. So. Wieder im Moment zerstören das Super-Sperd-Monument. Okay. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Es ist nicht. Ich bin halt da. Ja, dann geht noch einhalten. Ich schätze mal schon. Vielleicht muss ich das Binnen aus. Tief! 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 Ah! Ah 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 Jetzt haben wir richtige Schwertagiert Ich hab' die richtige Schwertagiert Jetzt hat die richtige Schwertagiert Jetzt haben wir sie dort wohl zusammen. Es ist total, dass die Kapazitäten nicht erhöht werden, die Völkerungsgrenze. Vielleicht kommt das später, das kann ich natürlich nicht sagen, weiß ich nicht. Das kommt gar nicht, weil das reicht. Wie wir es sagen. Wir haben hier noch eine Schwerkämpfer. Der Bein und der Prozess auf dem Schützen. Der muss schneller sein, als der Kapazitäten. Ich meine, keine Miniole war, dann war das zu lange dauert. Beziehungsweise, ich brauche die Kapazitäten nicht verschwenden. Lieber für... ...einheiten... ...einternischen Einheiten aufheben. ...einheiten aufheben. ...einheiten aufheben. ...einheiten aufheben. Ich glaube, der Prozess schon wieder erreicht. Oh, ja. Schon bis zum Ausdruck entfernt. ...einheiten aufheben. ...einheiten aufheben. ...einheiten aufheben. ...einheiten aufheben. ...einheiten aufheben. Ich wollte mit 2 Bogenschützen und... ...ich muss man ein Spätkampf haben. ...haut die letzte Redση vor, und muss die ganze Gerade perdehen. Ok, Martin. Wir brauchen Kohle. Wir brauchen Kohle. Fertig gemacht werden... Was ist denn hier los? Jerk! Die ganze Zeit auf den Goldzähler! Kommt schneller, 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 schneller! Seine Abdeckung. Ach! Der Jerk ist nicht zum Angriff. Jerk! Das sieht witzig aus. Jerk! Der Jerk! So blöd! Die Beine sind hinüber. Haben noch keinen verloren, das sieht gut aus. Er kriegt auch den Scheidel eingeschlagen. So, die Statue ist hinüber. Aber das... Guck mal. Musst euch nicht ablenken. Die Statue rettert. Doch mal weiter da. Spill, Alter! Ich geh hin, aber ich weiß mal gar nichts. Und die Statue ist auch hinüber. Aber was, die muss ich selber benutzen? Oder wie? Ich hab jetzt ne neue Einheit, aber ich will die gar nicht selber benutzen. Gut, wir gucken mal, ob die sich gleich eigenständig verteidigen oder dergleichen. Boah, ich hab ja gar keinen Bock hier selber. Ich spiele hier nicht, weiß ich nicht, WoW oder so. Gut. Dann machen wir hier erstmal... Wo machen wir Upgrade? Okay, wir machen ein Upgrade. Wir machen auf jeder Einheit ein Upgrade. Und ein... Hitpoint. Immer schon Hitpoint. Das erhöhe ich nochmal. Und was seht ihr hier? Die Gesundheit von denen wird erhöht. Ja, wir haben die Gesundheit. So, dann machen wir hier auch ne kurze Pause. Und dann seh ich euch gleich zur nächsten Runde. Also, bis gleich!